Ja, es ist der Christox! Willkommen zu der Leute für Minecraft Mystical mit den lieben Feiergern Hally! Hallo, Hallo! Ahh! Ja, und willkommen zu der Leute für Minecraft Mystical! Und ja, letzte Folge waren wir unten bei diesem Dorf und ja... Und besser gesagt, sind wir auch hier angekommen, hier gestrandet, wie man es Ihnen nennen möchte. Und haben diese komische Stadt, äh, Stadt nicht, Dorfbewohner gefunden. Und ja, und ich und Fabi haben uns einen Ort, wo wir bauen möchten, gesucht. Und wir sind jetzt hier direkt beim Berg hier von diesem Haus, ich glaube, das von diesem Theo. Dirk hier rauf auf den Berg. Stormbit! Nein! Oh mein Gott, ich habe nur drei Herzen! Und ja, ähm, wir sind hier direkt auf den Berg rauf gegangen, weil ich habe mir gedacht, äh, und Fabi, wir könnten da relativ nice was vielleicht draus machen hier so Leute. Ich habe mir auch Gedanken vielleicht ein bisschen gemacht, dass ich hier so ein Haus bauen möchte und hier so ein Balkon draus machen möchte mit schwarzem Glas, wo man hier nach unten sieht dann auch. Das könnte ich mir geil vorstellen und ich grab das hier mal auch Leute ein bisschen ab, ein bisschen Terraformen, genau. Ich komm mit Werkbänken hoch. Ah, du möchtest da hinten bauen und ich baue dann hier. Ja, gut. Ich habe deine Truhe einfach dort hinten mal hingeladen, weil du es dir stehen gehabt hast. Weil ich nicht gewusst habe, wo du genau bauen möchtest, das habe ich dir mal dort hinten hingestellt einfach. Ja, hier möchte ich bauen. Ist gut. Du könntest rhetorisch sogar in den Berg rein bauen. In den Berg rein? Ja, überlege ich. Ich glaube, ich werde mein Haus hier vorne hin bauen. Aber man kann ja dann hier... Weißt du, was du machen könntest? Du könntest hier so ein Balkonstück hier dann rausziehen, hier so. Und dann hier einen Eingang ins Ding rein. Ja, das kann man machen. Guck, dass du dann hier so vielleicht eine Stütze auch so machst und dann hier so bis so, sagen wir mal, hier so hast. Und dann hier so einen Eingang irgendwo so hier rein. Ja, aber hier wird dann so mein Mainhaus sein und dann kann man hier über diese Terrasse hier... Hier eben so einen Kellerraum. Das ist dann irgendwie mein Kistenlager oder so, mal gucken. Wir haben schon ein paar Ideen. Das ist schon gut. Das ist gut, dass wir Ideen haben. Ja, das ist gut. Okay, ich baue hier Leute auch ein bisschen ab. Und ja, wir könnten... Und du möchtest hier bauen? Ja, ich habe hier vorzubauen. Und Leute... Ach genau, deine zwei Warpages hier noch. Hier. Hier hinter dir. Ich mache hier mal gleich auch ein Warpages gleich. Zieh wir dich lauter? Nein, zwei haben wir ja bekommen gehabt. Vergessen. Weil wir wissen wir, dass... Eigentlich müssen wir es in Zud... Nachzahl... Ja, ähm... Bezahlen, aber... Vielleicht sollten wir hier so ein Friedensangebot machen. Und ihm vielleicht wiedergeben, was wir geklaut haben. Ah, nein, nein. Sonst hast du uns... Der sucht das eh nicht. Wir sagen einfach, das war... Der hat ja gesagt, Theo hat gesagt, er ist ein bisschen... Wir sagen, wir sagen, ähm... Nicht mehr ganz so da. Okay, nein, da hat es Alzheimer und... Ich glaube, der merkt das nicht, dass wir ein bisschen von seinen Dings gestohlen haben. Ja, das kann gut sein. Ich glaube nicht, dass er das wirklich bemerkt. Oder das war hier dieses, ähm... Hirsch 33... Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Hirsch... Äh... Rindvieh 33, so. Rindvieh 33. Ey Leute, viele haben auch die Vermutung von euch gehabt, ähm... Dings, dass Rindvieh 33 einfach, äh... Dings mal vorbeikommt und einfach uns bestehlt. Rindvieh 33 ist ein fucking erfundenes Tier, also... Das... Das kann nicht kommen. Das wird auch nicht kommen. Und... Ja... Wenn das kommt... Ja, hoffentlich. Wenn das wirklich... Wenn das wirklich kommt... Habe ich nichts mehr zu sagen. Nein, Leute. Dann hat es Mystical Twitch geplayt für mich. Dann habe ich nichts mehr zu tun. Dann lache ich mir noch eins runter und bin glücklich. Okay, Leute. Dann kommt dann noch eine Folge, Leute. Rindvieh 33. Ja, letzte Folge einfach so. Kurz vor dem Ende, wir möchten einfach abreißen oder so. I don't know. Und auf einmal kommt so ein Rindvieh und killt uns einfach. Und dann ist es vorbei. Aus einer bei. Weil hier Home. Leute haben wir hier eine Warpage. Die können wir auch unendlich nutzen. Ist das nicer? Ah stimmt, ich mach mir jetzt eine. Die können wir unendlich nutzen, äh... Nutzen, genau. Okay, Leute, ich ziehe mal hier die Emerald-Teile an. Uh, die sind geil aus. Hoah. Zieh die mal. Ich finde die nice. Ich ziehe aber, glaube ich, eine andere... Und mit der Warpage muss man die in so einem Warp-Book legen? Ja, aber wir haben noch keins. Dafür fehlen uns die Ender-Perlen. Aber du kannst ja... Äh... Hä? Hast du gerade die extra eine Warpage extra zu meinem Haus gemacht? Ja. Ja, egal. Hast du Holz zufällig? Ähm, ne, wir können aber Holz holen. Ja, ich weiß. Ich guck gerade. Ich hab... Habe ich irgendwas noch über... Ich hatte mal Eisner. Ich weiß nicht, wo mein Eisner ist. Egal, baue ich mir, ähm... Ach, genau. Den Table habe ich noch gestern, letzte Folge stolen. Das heißt, wir können hier mal was damit auch dann machen. Ich hab noch Sticks. Das heißt, ich geh mir eine Axt kurz kraften. Dann geh ich hier ein paar Bäume... Okay, lol. Ähm... Sorry, da weiß jemand bei mir reinkommen. Ähm... Nun denn. Ähm... Hier sind drei Ameisen. Und es wird schon Nacht. Das heißt, ich muss mich beeilen mit einem Abbaum von Bäumen. Oh nein. Es wird Nacht. Hilfe. Okay. Mit Baum... Oh, hier ist ein Nest. Oh, was ist das für ein Baum? Ist ja komisch. Äh... Achso, meinst du bei dir oben? Hier ist ein Steinbaum. Clay. Ja. Ich weiß noch, hab ich gesehen schon. Okay, komm wir home. Aus dem vorigen Grund, weil ich hab ganz viel ähm... Geschert die Schafe gestern bei Dings. Und dann können wir uns Betten bauen. Ich glaube, ich muss mir jetzt mal eine neue ähm... Kiste machen. War kurz, war kurz, war kurz, war kurz. Hier ähm... Hier. Ähm... Okay, danke. Ja, sehr gut. Ähm... Ähm... Bitte genau hier runter. Gut, okay, lass pennen gehen. Dann hab ich schon mal ein Spawnpoint hier und wir haben eigentlich äh... äh... Dings. Ein Bett und wir können in die Nacht überspringen. Ja, Leute, stimmt. Komm mal her, ich hab ein paar Schwerter auch mitgehen lassen. Okay, die sind beide, machen nur 6 damage, aber hier. Okay, danke. Ich hab... Ich hab... Ich muss sagen... Ja, die sehen gut aus. Okay, mein, das hier macht mehr Schaden, aber das behalte ich mal, Leute, für einen Fight oder so. Okay. Ähm... Gut. Okay, ich lass das hier so. Und Leute, ich kenn... Ich möchte mal zeigen. Ich hab mir gedacht... Für ein Haus. Da hab ich mir jetzt so gedacht, ähm... Man könnte dann, Leute, folgendes machen, dass man hier so... Mal mal 1, 2, 3... Mal sagen, wir machen ja hier so... Was man hier so da am Balken hat. Hier so, Leute, dass man hier so... Rausgehen kann. Obwohl 3 dazwischen frei. Machen wir mal... Okay, hier. Mal abbauen. Hier. 1, 2... Leute, dass man hier dazwischen... Oh. Bin ich jetzt blöd, oder? Hm. Warum bin ich hier auf einmal auf mehr? Egal. Hier. Leute, graben wir uns hier runter wieder. Und ja. Und Leute, jetzt haben wir hier so 3. Dass man hier so dann geht. Dass ich hier so, ähm... Hier das Haus hier so hab. Und dann hier so 3 hab. Dann noch mal so einen Pfosten mit 3. Und dann nach links ein Bier zu Fabi. Hier so. Dass wir so einen Pfadteil hier so haben. Hallo. So, whoop. Hier so rüber zu Fabi dann. Dass ich hier... Das kann ich zeigen, dass wir jetzt hier so... Da bin ich mal gespannt. Das hier, Leute, ähm... Hier so dann... Guck, zu Fabi dann hingehen. Dass wir hier oben dann wie so einen Weg haben. Auf dieser Höhe. Guck, hier so einen Weg auf dieser Höhe. Wo wir zueinander gehen können. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, das ist ein guter Punkt. Hier so. Dings, ähm... Hier so. Und dann, äh... Entweder du könntest halt machen, dass dann hier so der Eingang ist. Und dann in-house mal mit einer Treppe dann in die oberen Etage kommt. Das könntest du halt actually machen. Das ist, glaub ich, super cool. Dass du hier so hast einen Doppeleingang. Guck, hier ist ein Doppeleingang. Und dann, dass man hier so eine Tür drauf und dann in der Mitte runter kann und am Rand hoch. Oder irgend sowas. Ja, warte. Das müssen wir uns mal ganz kurz angucken. Wie baue ich das schneller ab? Mit der Taste nochmal, ähm... Es gibt's ein Menü... Options... Und dann gibt's irgendwo ein Menü-Unterschied. Ingo Excavate und Excavate-Taste musst du eine haben. Dann kannst du das machen. Ähm... Wo ist mein Spruce wird hin? Ach genau, das hab ich gerade versetzt. Pfeife, das Jahrhunderts. Okay, komm gleich wieder, ähm... Fabi, ich hab gedacht, etwas Nices, was wir schon mal bauen können. Nicht unbedingt heute nutzen müssen in diesem Video. Aber... Ich bin gerade noch dafür ein bisschen Zutaten holen. Könntest du gucken, dass du ein paar Eisen vielleicht hinbekommst? Also ich soll ein bisschen Eisen fahren? Ja, so drei Stück würden schon reichen. Ja, das komm ich glaube ich hin. Mach ich? Damit wir uns einen Eimer holen können. Weil einen Eimer brauchen wir dafür. Okay, was hast du vor? Ich möchte noch nicht zufüßballern, aber... Ein paar schnießen, Leute, sind glaube ich schon auf die Idee gekommen, was wir vielleicht machen. Weil man sieht das Item und die hier im Inventar. Und... Man könnte sich vorstellen, was man damit bauen kann. Ach genau, Leute, ähm... Ja, ähm... Den Uploadplan. Ähm... Dazu, das können wir sprechen. Wir haben jetzt einen Uploadplan uns halbwegs ausgedacht. Dienst, äh... So alle Rundenfolgen, also alle zwei Folgen. Wir wechseln uns immer ab. Jeder eine Video, also die erste Folge kam bei uns beiden. Die zweite kommt jetzt dann bei mir. Die dritte kommt dann, Leute, ähm... Bei Fabi. Und die vierte wieder bei mir, also die geraden bei mir. Die ungeraden bei Fabi. Genau. Das ist immer so eine Abwechslung zwischen den Folgen. Einmal er, einmal ich. Und ja... Was haben wir uns so gedacht? Weil, why not? Ähm... Und das ist relativ, glaube ich, nice. Und es ist angenehmer auch für die jeweiligen Personen. Besser mit unseren Hauptprojekten. Alles ist das angenehmer. So haben... Hat die andere Person nur einmal in der Woche. Äh... Mystical. Für... Ja, das wollten wir erwähnt haben. Für die, die Mystical mögen. Und gucken möchten, damit die nicht verwirrt sind. Warum wir auf einmal bei Folge Dings irgendwas, zum Beispiel 5 sind. Und ich davor aber 4 hatte... Äh... Äh... 6. Und ich davor 4 hatte, dass sie sich denken, hä? Hä? Wir haben, äh... Irgendwo so ein Zähl... Äh... Verzählen, Problem oder so. Vielleicht sowas. Also... Das wollten wir mal verhindern. Und das sind ja. Wollte ich es nochmal erwähnt haben. Vielleicht baue das jetzt einmal grob hier so auf, damit mich hier so... Schon mal Grunddingen davon haben. Äh... Hier... Das heißt, hier ist so... Ähm... Hier... Ich normal baue ich, glaube ich, immer einen Gasblock drunter habe. Aber ich möchte hier erstmal... Das hier so über haben. Da könnt ihr euch schon mal was vor... darunter vorstellen. Ich bin... Das ist eine gute... Ich hoffe es... Oder vielleicht... Ich hoffe man versteht auch, wie ich es meine. Hoffentlich... Wie tief bin ich denn unten? Ich... Ich komme nicht hoch. Ich bin dann vorbereitet noch. Hier... Dann machen wir... Weil... Leute folgen. Das machen wir hier so... Ähm... Luka, ich habe 5 Eisen gefunden. Okay, das ist gut. Dann komm bitte wieder home. Ich habe einen Ofen auch schon gebaut. Die kannst du oben setzen. Leute, das kennen vielleicht ein paar auch aus dem... guten alten Trailer, die den gesehen haben. Wenn nicht, würde ich euch empfehlen. Dann kennt... Wisst ihr ein bisschen Bescheid über das Modpack auch. Die ist das. Komm mal her. Wo bist du? Ich muss hier ganz kurz ein Bett abbauen aus dem Grund, weil ich mit dieser Warpage gebackt bin. Äh... Okay... Hier, egal. Hier, hau rein. Ähm... Dann können wir das hier schon mal... Hier, wo... Äh... Dann können wir... Ich gucke... Aber eigentlich hatte ich noch... Iron... Ingotts, guck mir vor... Über... Antin-Trite-Birds spawnen. Möchtest du... Warte mal... Ich habe eine Idee, was wir craften können auch. Okay, ja. Aber folgendes, wir brauchen einen Eimer, weil ich brauche Wasser. Und Wasser hat mehrere Funktionen. Und erstens, wir haben hier kein Wasser hier oben. Zweitens, können wir mit Wasser was ganz tolles bauen. Und damals hättest du... Ups. Ja, gut. Vielleicht weißt du, kannst du erraten, was ich... Warum ich Wasser brauche, ähm... Ähm... Vielleicht würdest du irgendeinen Fluss bauen, in dem so einen kleinen... Ha, einen Fluss. So einen... Keinen Fluss, sondern so einen Teich, oder? Uh, ich habe... Ähm... 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 Ja... Ähm... Leute, kommt euch dieses gewisse Powder bekannt vor? Ich hoffe mal... Euch kommt das von ein paar Brücken uns dies, das bekannt vor? Äh... Leute, hier ist ein bisschen Kupfer. Okay. Hier ist Kupfer. Hier ist Silber. Hier ist Kohle. Kohle nehme ich gerne mal kurz mit, Leute. Was haben wir hier? Ich habe hier... Hier Sand. Mir das hier so. Und bevor wir es machen, müssen wir hier irgendwo eine neue Wasserquelle ausmachen. Hier. Hier, lass das hier Leute hinsetzen. Hier so. Äh... Und bam. Dann können wir mal... Hier. Ähm... Ja. Genau. Ach, habe ich hier. Ja, danke. Warte. Oh, du hast wieder eingesammelt. Oh. Ähm... Ich habe hier... Das ist so gewisses Powder, mit dem man Spaß kann haben. Was ist das? Kennst du... Ist das mal? Ui. Oh. Oh. Okay, ich glaube... Dafür kannst du noch mehr besorgen. Das... Das wächst direkt bei uns. Oh, nass. Das ist gar nicht. Das wächst direkt neben uns an Haus. Und hier hier Karotten und Kartoffeln. Leute. Und hier rein. Dann hier. Genau. Dann helfe ich dir hier nochmal. Und... Ja. Folgendes. Ähm... Hier... War kurz. Du musst hier kurz stehen bleiben. Und... Ähm... Tschüss. Ja, ich möchte hier stehen. Was ist das? Was ist das? Ähm... Ne Dino? Hallo. Kann ich dich fit hören? Ich gebe dir mal ein paar Seeds hier. Weil vielleicht kannst du ihn zähmen. Probier mal ihn zu zähmen. Mit Seeds. Ne, das geht nicht wieder ein. Komm, geh rein da. Nein. Ist draußen. Da viel Spaß mit denen. Ohohoho. Nein. Tschüss. Moin. Moin. Was geht? Ich lach dir mal ganz gut ab. Moin. Was geht Dino? Ähm. Moin Dinos. Dinos. Wo haben wir hier Dino Mods? Das ist von Dings. Das ist von... Uh. Blöder. Ah. Ne. Hallo. Kann ich... Warpages in den... Du hast den Eisen immer noch in deiner True to Five. Ähm. Und... Go. Oh. Oh. Ähm. Oh. Oh. Ähm. Mein Name ist gestorben. Ich würde sagen... Reiner. Oh, Rainer. Oh, Rainer. Oh, Rainer. Oh, Rainer. Mein Meister. Was geht? Wir gehen noch nicht hier rein. Auch Luca. Ähm. Ja, gut. Was ist das? Ich wüsste es gern. Es kann aber sich runter bangen. Ich würde sagen bis heute ein Skill. Pfff. Lass euch nicht hinten. Es gibt Päusen. Keine Ahnung was alles. Ich glaube bis heute... Wir hätten vielleicht nicht reingehen sollen. Das hier aber generiert gerade noch alles. Obwohl doch. Sonst hätte er etwas anders generiert. Stirb. Stirb. Oh Gott. Wir haben es. Oh nein. Hier kommt der Nächster. Ich bin wieder drin. Tschüss. Dein, der arme Server. Der kommt hier gar nicht mehr klar. Der Server kommt ja gar nicht mehr klar. Leute, hier ist... Hier ist Erz. Hier ist interessantes Erz. Blau leuchtendes Erz. Komm mal her. Ja, ich komm wieder. Oh, ich bin wieder da. Ja. Ich sehe es. Hier. Guck hier. Ich bin schon wieder drüben glaube ich. Oh, ähm. Wo bin? Ja gut. Ähm. Ist das ja aber gecrashed? Scheint so. Äh. So wie beim Game. So wie beim Game. Okay Leute. Ähm. Ein bisschen back. Oh. Deiner lebt noch. Ah das ja aber ist. Hat sich halbwegs im Griff oder? Ja. Bist du gerade hier reingejumpft wieder? Ich jump jetzt wieder rein. Ich bin wieder da. Ja merke ich gerade. Hier, hier. Was bist du? Scary Skeleton. Hast du den bekommen? Ah du ist den bekommen? Nein? Doch du hast den guter Skull bekommen. Hier kommen wir hier runter. Hier ist komisches Blau das Erz. Oh. Ja gut. Ich bin ins Wasser gejobbt und bin daneben. Ich bin Wasser gejobbt und hab Fallscham bekommen. Was greift mich an? Hilfe. Äh. Oh mein Gott. Ich glaube hier ist zu gefährlich. Na hier ist ein. Du hast einen Effekt. Komm hier hoch. Komm hier schnell hoch. Ja ich komm hoch. Oh Gott was ist das? Keine Ahnung. Komm hier. Hier einfach hier. Hier ist ein komisches Erz. Oh. Jurka. Hier. Ich wär von mir von dieser bösen Steinmonster angegriffen. Oh ich hab Eisen bekommen. Okay doch nicht so böse ähm. Oh Gott. Was mach ich denn jetzt? Ich hab gerade Uranium gefunden. Bist du tot? Ah ja. Nein. Du bist gestorben vorher mein ich. Okay ich hab hier Redstone gefunden. Ich hab hier Redstone gefunden. Okay. Ich geh hier gerade ein bisschen durch. Hier gibt's Erze. Nice. Okay wo bist du? Ein bisschen hintergegangen. Ich geh mich einfach zu dir. Okay das ist auch ne Möglichkeit. Ähm. Äh. Könnt ihr das vielleicht auch? Oh. Das wollte ich jetzt nicht. Aber auch okay. Run. Fabi. Fabi run. Ich hab in. Ich glaub hier ist ein bisschen zu. Ich hab gerade irgendeinen Gott beschwor. Baum ist hier ein Baum auf einmal. Okay. Fabi. 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 Hä? Seid wann ist hier Lava? Äh. Hier sind Bäume. Dieser Baum ist in hohl. Fabi. Fabi. Ähm. Ähm. Oh nein. Ähm. Äh. Ähm. 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 Ich spawn mit fucking. Glaube. Paralyse. Ich glaub. Nein 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 nein. Ich schaff's runter. Ich schaff's runter. Ich schaff's runter. Stirb. Es stirb. Ähm. Ich will runter. Ich will hier runter. Ich muss nur hier runter. Ich muss hier runter. Entschuldigung. Ich muss hier vorbei. Ich spawn mit fucking. Effekt dass ich mich bewegen kann. Okay ich kann. Ich kann nichts. Ich hab's hier gleich. Nein. Nein. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Er stück. Ich bin weg. Ich kann mal. Ich kann nicht mehr. Ach. Okay. Go. Oh Gott. Ich hab's geschafft. Holste. Holste. Ich hab's hier. Ich hab's hier unten. Okay. Hier ist mein Staffel. Ist das alles. Äh. 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 Hier. Leute. Hier. Wasser. Es stirbt. Erstmal du. Feuervieh. Vulkan. 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 Irgendwas. Gut. Hier erstmal. Äh. Hier. Hier. Okay. Hier. Erstmal hier. Hier kurz ein bisschen. Okay. Ich glaub das hat es wieder beruhigt hier alles. Ich glaub hier ist alles wieder in Einklang. Wir haben glaub ich die Götter gezeigt, dass wir friedlich sind und jetzt ist alles wieder gut. Weil ich so das Gefühl. Äh. Äh. Ich muss hier nur noch schaffen. In grad. Nein. Leiche. Leute. Leiche versperrt mir den Weg. Ähm. Ich baue mich gerade hier hoch. Äh. Ich hab. Spellbook Advanced. Ich will hier gucken. Hier gibt es irgendwelche komischen Erze. Ich will die haben. Und hier ist Eisen. Eisen brauchen wir. Hier gibt es irgendwelche komischen äh. Blauen Erze. Titanium. Ist das das was ich glaube? Mh. Ja. Wäre das kritisch. Minimal ist. Oh. Ähm. Leute. Stirb du cringe. Geonach. Geonisianer. Dingster. Boomster. Vieh. Äh. Oh. Hi. Hier ist ein. Hier ist Eisen. Nice. Hi. Was geht? Oh. Hier ist noch ein Vieh. Das hat Uranium frei geschaufelt. Glaubst du mir können uns im Endeffekt zum Schluss dann eine Nuke bauen? Oh nein. Komisches rosarotes. Nicht rosarotes. Turquises Vieh. Macht viel Schaden. Hab's. Hab'n dir? Hab'n dir bekommen? Nein. Da haben wir letztes Mal mehr Glück gehabt. Da haben wir ein dir bekommen oder wenigstens. Bitte lass hier kein Spawn. Gut. Ich glaube wir sollten vielleicht hier mal ein anderes Mal herkommen. Ähm. Zurück. Leute. Diese Mops sind eindeutig. Was ist? Oh. Wo ist? Ähm. Warum sind hier drei Betten? Wo sind meine Items? Äh. Du bist gestorben. Ja. Hier. Bin ich gestorben. In einer Wall. Ja. Gut Leute. Das war's mit Minecraft Musical. Alter. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Wir haben weniger Clip als Anfang der Folge. Ja. Lasst einen Daumen nach oben dafür, dass Fabi gestorben ist. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Nonnie. Tschüsskräfte. Schnitt. Wir Tschüss die